Ich hau alle weg, ey. Ja, Traitor. Oh. Aber das heißt, dass wo kann ich dann natürlich keine Traitor sind. Ah, zum Glück nicht. Das Auto brennt. Ich, das Auto. Hurra, hurra, die Schule. Bist du Terrorist? Ja. Ich bin nicht. Ich bin auch Terrorist. Ich nicht. Wir sind alle Terroristen. Aber nur, wenn ich CS spiele. Guck mal, mach mal zurück. Das ist eigentlich voll asserzgeil hier. Yo, wieso schießt du auf mich, Matzen? Ja, was soll das? Wo ist denn Testschuss? Hör doch auf, Kevin. Ey, lol, du Schwein. Warte, kann ich da durchschießen? Ja. Lol, das ist ja mal mega gemein. Ey, meinst du, wir können jetzt nicht nur hier ansehen? Boah, guck nicht zur Seite, sonst gebe ich dir noch einen Headshot oder so. Ich muss mich anschießen. Das will du nicht lernen. Kevin, warum hast du so wenig Leben? Ja, ich wurde von der Incendary getroffen. Ja, ja, klar. Ja, von Perrys Incendary. Kannst du die Incendary bitte bestätigen? Ansonsten ist Kevin ja K.O.S. Was, Kevin ist K.O.S.? Hey, wie bin ich K.O.S.? Ey, wer schießen auf mich? Ich find's nicht. Perry ist es. Nein, die haben wir gesagt, Kevin ist K.O.S. Mucca und... Perry schießt auf mich auch. Nein, gar nicht. Ich schieß auf dich. Was ist jetzt? Mucca. Mucca. Boah, Sniper, du halt. Bam! Komm, Sniper... Oh, ich will den Garten des Weißen. Ey, ihr habt das Geilste gar nicht gesehen. Der Detective kämpft sich mit so einem Schild ein und ich setze vor ihm einfach eine Trip Meyer. Trip Meyer. War ich gestorben? Nein. Aber ich war doch... Du warst doch direkt neben mir und ich bin da weg von gegen die Wand gefetzt worden und du bist... Ja, nein, nein, da war ich schon einen Meter zwischen. Ich hab dich zwar als Schutzschild benutzt. Achso, mein Wig-Wiatt-Schild. Ich hab da irgendwie so ein leichtes Déjà-Vuid, nur umgekehrt. Nein, Perry, bitte nicht. Nein, ich bin... Ich bin immer so, ich hör's dir. Ey. Okay, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Wir sind quit, wir sind quit. Wir sind... Yo, du hast mich angeschossen! Jetzt sind wir quit. Jetzt sind wir quit. Man kann mich ja jetzt auch auf Feuer machen. Ja, die ist voll OP irgendwie. Oh, aber ne, nach einer Zeit kann die doch nicht mehr schießen. Hast du nicht mehr? Ja, das ist leer. Tuck mal her, vielleicht kann man die nachladen. Ne, ne. Aber vielleicht brauche ich nur noch eine Munition. Hä, Matze, wieso bist du verletzt? Glück gehabt, Kevin. Ich weiß nicht, mich hat irgendein Spang angeschossen. Wieso Glück? Jetzt sagen wir uns ein Glück gehabt, Perry. Hier ist Leon. Ja, geh weg von mir. Hast du wieder eine Shotgun? Die hast du dieses Mal nicht ausgeschlossen. Ey, Leon. Incendary. Was? Leon hat eine Incendary geworfen. Wat? Leon ist KWs. Leon ist KWs. Ich hab gar nichts geworfen, was willst du denn? Ich hab das war, ich hab das war Fabi. Ich hab überhaupt nichts geworfen. Er ist ja irgendwie, hat Leon Incendary gesagt. Er hat Leon Incendary gesagt. Ich hab nichts geworfen. Okay, wer ist Leon? Ja, Mortak. Mortak, Mortak. Mortak ist KWs. Boah, was schießt? Habt ihr den jetzt getötet? Kevin KWs. Er war sogar Traitor. Also, also Perry, ich bin ja wohl auch nicht klugen, oder? Boah, wie random war das denn bitte alles? Der Franzose labert nur irgendeinen Scheiß. Immer diese Franzosen, ey. Ne, ne, ne. Vor allem war hier nirgendwo der Incendary. Doch, ich hab das Mock auf dich geworfen, hab Incendary geschrien. Ja, aber hier war ja kein... Und danach dachte jeder, du hättest den Incendary. Oh, Perry. Oh, Mann. Oh, Mann. Du bist voll die Schweine, ey. Weißt du, war ich mal wieder Traitor und dann konnte ich nix machen, weil ich direkt unschuldig beschuldigt wurde. Unschuldig beschuldigt wurde. Warte, warst du nicht Traitor? Ja, aber ich hab ja nichts gehabt. Wie kann man sein... Er war ein unschuldiger Traitor. Ja. Ja, aber ich hab ja zu dem Moment nichts gehabt. Oh, jetzt geht's los. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, Fabi? Das ist der Fabi. Hätt ich dich wirklich geworfen? Hätt ich dich geworfen, ich bin Proven. Ey, Nick, das ist AFG, bleib ich nicht. Ich bin Proven. Mocka, ich bin Proven. Ey, Matsu 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 Matsu. Warum gibst du dich immer... Letztes Mal, als du die Scheiße gemacht hast, warst du Traitor. Aua, aua. Ich bin übrigens Sturven, wie auch immer, auf mich geschossen hat. Perry hat auf mich geschossen, als Gott Perry. Warum hat er... Was? Ja, Kevin hat Masu, äh, Mocka hat Masu geworfen. Hi, Kevin. Ja, ich... Ein Ding hat mit der Golden Gun auf mich geschossen. Hi, Kevin. Mein Mocka hat's dann ausgegeben. Ja, warum schießt du? Jendos ist es. Ich hab ihn nur aufgeschossen. Wieso? Was hab ich getan? Du hast der Parry getan. Ich folg dir mal mit, Kevin. Was denn? Ja, kein Problem. Hey, Nick ist schon die ganze Zeit hier rum, der hat gar nichts gemacht. Mein Crossbow den... Leon, 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 Leon. Oh Gott. Loooool, was ist denn mit der Clock los? Alter, habt ihr die Clock gesehen, oder hast du da für'n Script? Für was? Für die Clock. Die ist die so. Kennt denn die nicht, die ist immer so? Als ob die so ist. Doch. Die ist so. Die sind im CS, die Einzelfeuer. Hey, du kannst die doch auf Fullaut, auf Dingenschen stellen, Fullaut oder so. Ja, hier nicht. Hier ist die immer Fullautomatik. Wieso wusste ich das nie? Das ist, weil du ein Boss bist. Lol, die ist echt. Jo, die ist ja immer OP. Das ist ja ausreichend. WTF, mein USP ist voll verpackt. Jemand von euch ne USP? Ja? Hey, aber ich hatte eben einen. Matze? Drei! Zwei! Eins! Stirb, Matze! Die sind nur pissig. Oha! Wieso schießt sie mich an? Was? Oha! Sorry! Sorry! Er hat auf zu schießen, ey! Fabi? Oh, Kevin, 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 Kevin! Luca, guck nach! Oh, Kevin! Was? Was? Soll ich nachgucken? Der war Traitor! Oh, wer schießt auf mich! Hallo, wer schießt auf mich? Der war Traitor! Doofel Sau, Alter! Kevin! Kevin hat auf mich schon wieder geschossen! Ich hab doch auf mich geschossen! Mucca! 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 Mucca ist es! Nein! Ehrlich nicht! Der Detective hat als erstes auf mich geschossen! Ja, der Detective ist klar! Mucca ist es! Auf jeden Fall! Und Kevin! Hey, wieso bin ich das jetzt? Ehrlich! Ich schwör's euch! Kevin ist es! Oh Gott! Die Waffe ist so! Stierp! Okay, 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 warte! Pause! Lass uns verhandeln! Wieso lad ich so schnell nach, ey! Alter, Wokka, die Golden Gun ist voll für den Arsch! Ich hab dich nicht, ich weiß nicht wie oft angeschossen, aber irgendwie ist dir nichts passiert! Ich hab ein Schuss auf Matze gemacht und war direkt weg. Ich werd demnächst wieder die alte laden, also die war eigentlich besser. War die auch. Obwohl ich sagen muss, mit der hier hab ich bisher immer getroffen. Ja, mit der kann ich auch Dauerfeuer machen wie sonst was. Ja deswegen, aber eigentlich fand ich die alte auch besser so, wenn du keinen Dauerfeuer hast. Ich hab jetzt Dauerfeuer ausgegeben, was auch nicht. Ey komm mal mit, komm mal mit Fabi, komm mal mit Fabi. Hallo hier, mein Gesicht sieht nicht so gut aus. Kennst du schon hier dieses Versteck? Hier dieses hier. Wenn du da mal... Ich hab Jensen Döbel gesehen, ja. Ich bin so hart. Hallo, der ist okay. Hallo, Kevin. Hallo. Ja, wir glitschen mal noch bisschen, komm mit. Kevin komm, du tut das Matze und ich so Parry, okay? Boah. Hinscheln? 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 Aua. Kevin, schieß auf mich. Mucca ist es, Mucca ist es. Nein, nein, du hast mich angeschossen. Du mit der Pistole einmal. Ja, ich hab dich auch noch mit der Pistole angeschossen. Ja, mit der Pistole. Mucca ist es. Fack mal hier hoch. Geh weg die Parry. Verrückt mich so. Mucca, wenn ich so bin, ist es Mucca. Wenn ich leise bin, ist es Parry. Also war Mucca halt nicht Kau ist? Nein. Ja, der hat auf mich geschossen. Ja, weißt du, ich schieß dir irgendwie einmal ins Bein. Ja, aber warum schießt du denn auf ihn? Wo schießt du hin? Du schießt voll daneben. Ja, schießt einfach in die Luft. Mortak hat geschossen. Nein, dahinten schießt. So wie alle. Fabi hat einen umgebracht. Was ist los? Das lädt doch noch jeder. Komm mit, komm mit Fabi. Okay, ich komm mit. Warte, lass mich vorher nur Nahkampfwaffen nehmen. Nur rein zur Sicherheit. Komm mit. Ja, ich folge dir. Wo ist ein Kevin hin? Keine Sorge, ich werde dich nicht töten. Kevin, lebst du noch? Okay. Ja. Ah, leute, ich bin tot. Kevin ist aber nie der, warum bist du nie der? Alter, passt du eigentlich nicht auf einmal? Okay, es lebt noch einen, es lebt noch. Ey Kevin, wie geht's dir? Komm Kevin, crowbar fight. Komm Kevin, crowbar fight. Komm. Komm Kevin. Yo, er schießt einfach auf Mortak. Ab ihn. Oh fuck. Wer lebt denn? So. Hatze. Eui, ne? Also, hier seid die beiden die letzten. Wo ist Kalt? Wo ist Kalt? Wo ist Kalt? Ey, ich schieß auf den falsch. Boah Kevin, was bist du denn? Das ist ein Baum, ey. Warum warst du nur halb tot? Ey, ey, wie hat jetzt Beedos und Kevin, äh, und Dingspunks, wieso haben die sich gegenseitig angeschossen? Ich hab nix gemacht. Kevin hat mich einfach beschossen, weil ich ging gefragt warum er so willig leben macht. Ja, das war voll die unnötige Frage, weißt du. Wir sahen schon davor die ganze Zeit, ja, Euk hat auf mich geschossen, weil ich meinen Fuß geschossen hab. Deswegen schießt du einfach mal, oder was? Ja, natürlich. Das war echt so voll serious. Ein bisschen Spannung reinzubringen. So zehn Leute, alle stehen im Kreis und da schießt du einfach so los. Yo Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ-Video und unten den letzten TTT-Part. Haut raus!